Hallo und willkommen zurück hier bei GTA Online. Da ist die Frau, meine Steuerberaterin, wieder. Hallöchen. Ja, sie haben ein paar Steuern hinterzogen. Ich? Du? Guck dir mal deine Angestellten an. Glaub nicht, dass das versteuert wird. Natürlich nicht. Hallo? Ein Einbrecher! Habe ich gerade eine Steuerberaterin gehört? Steuertrick von Sie? Scheiße. Glaub nicht, meine Worte, auf die super Steuertricks. Scheiße, Kollege. Wenn Sie jetzt eine Steuererklärung machen, sparen Sie 50%. Mit einem simplen Trick, den ich Sie gerne erkläre. Wer hat den Typen da eingeladen? Er, sich selbst? Okay, wie er ihn eigentlich? Er wurde hier reingeschmissen. Er wurde hier reingezogen. Warum tanzt er? Hä? Oh. Der Typ tanzte gerade. Schon wieder? Schon wieder? Ja, eben. Hier. Oh Gott. Das ist sehr super harmonisch. Wir haben uns Küssen mit den Fingern. Wir machen weiter. Wir bereiten weiter in den Casino. Ausbruch. Einbruch. Wir brechen ein, um deinem auszubrechen. In ein Casino. In so ein Spieltmatt rein. Da könnte man doch einfach die Tür aufmachen und dann wieder zu. Oh Gott. Jedes Mal. Hab ich dir zu viel versprochen mit der Person weit wo. Ich möchte übrigens anmerken, du fährst mit zwei Bestattern. Ja, und ich bin der Typ, der sich in die WhatsApp-Gruppe lokt. Perfekt. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt in den Wüste fahren müssen. Wir begraben ihn. Okay. Was? Yay. Hey, du hast die Kopfräte ja überlebt. Wie hat er das geschafft? Ein Tag exakt. Also ich finde die Antwort, und sie hat was mit einer WhatsApp-Gruppe zu tun. Da lädt man einmal so ein komisch... Oder lädt sich einmal so ein komischer Typ selbst ein. Und schon kommt er mit seiner Werbung. Für so eine WhatsApp-Gruppe. Das stimmt. Aber es gibt einen Trick, wie man sie losführt. Wie... Es kommt in meine WhatsApp-Gruppe und das erkläre alles. Ich möchte ja, dass du danach wirklich ne WoWZ-Gruppe machst Okay Aber ich schicke wirklich, dass du's erklärst Ich schwör, ich wär mega traurig, ich wär nicht, ne? Also kommt jetzt immer ne Gruppe? Ja danach, jetzt nicht Jetzt haben wir was zu tun Arbeit, ne? Arbeit Ich sitz ja gerade auf der Beifahrerbank Ich kann jetzt kurz nur außen die Gruppe hinzufügen Wache von mir sitzt ein hohes Mädchen Das wurde schon mal vergewaltigt Scheiße Gefällt nicht sein Ich möchte jetzt auch ne Erklärung in dieser WhatsApp-Gruppe, wie du an das Geld kommst Achso, wie wir an das Geld kommt, ich verstehe erst, wie ihr mit mir los werdet Das auch Achso Ja, das auch Beides, am besten Krass So Krasse Koppelpack 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 Also erst, wie man so viel Geld bekommt und dann, wie man dich schnell los wird Ohne Erstmal das Geld zu verlieren Erstmal das zweite, dann das erste Also, das Geld will ich zuerst und dann dich rausschmeißen Und das Geld behalten Wenn wir dich zuerst rausschmeißen, dann kriegen wir das Geld ja rein Was machen wir eigentlich hier? Wir klauen den Ich mach mal kurz Brenn's nicht an Gelegenheit War vielleicht nicht gut, mich einfach draußen rauf zu stellen Wuii Wuii Da hast'n Kerl Da hast'n Chris zurückgelassen Achso Digga, die Polizei wagen Der wollte auch noch raufsteigen Der wollte auch noch raufsteigen Nein Jetzt fahr'n er nicht zurück Achso Achso Ich fache auch Ich steh immer noch hinten drauf Einfach so Komm her, stell dich auch drauf Ohja Ist ja tschön Einfach so reinsetzen kann jeder, ne? Ja eben, also Oh, das hat den Oh Gott Das ist Bungee Jumping ohne Fallschirm Von Fallschirmsprung ohne Fallschirm Oh Gott Oh Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 10 von 10 Oh, schicke, schicke Zahlen, die du hast So, weiter geht's Es ist schon wieder passiert, ich hab wieder Leute durch die Gegend geworfen Es war sogar zwei Ja, das ist immer besser Das Ding ist halt, ich hab da halt die ganze Zeit nach hinten geguckt Ich wusste halt nicht, wo ich hin davon Ich weiß nicht, welche Perspektive Dominik hatte Nach vorne, oder hast du auch nach hinten geguckt? Ich hab nach hinten geguckt, weil ich die ganze Zeit versucht den Heli abzuschießen Ja, ich hab die Heli abgeschossen, geil Du hast das gleiche gesehen wie ich Ja, ich hab auch mal gesehen, wie wir einen 316 in Luft machen und hab mich weggeflogen Das war sehr, äh, ich war sehr verwirrt Probiert Will ich einen Tackle machen, würde ich mich selbst angreifen Los Also wieder Das ist halbricht hin Deswegen mussten wir auch nicht so viel bezahlen für die Bart Holy Shit Oh Gott Ich wollte gerade sagen, was Das 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 fressen wir Das fressen wir Das fressen wir mit dem Pfad gegen die Leiter Das fressen wir mit dem Pfad gegen die Leiter Ah, ich werd angeschossen Das fressen wir Ha, ich hab keinen Traktor Das ist gut Ha, ich darf die zu Chris mitnehmen Ne, der fährt mit dem Traktor Ich hab's dann auch gesehen Traktor, 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 Traktor Das spielt jetzt ein Landwirtschaftssimulator Ah, scheiße Das war nicht gut Puh Das war nicht gut Oh Gott Oh Gott Oh, man soll das gehen Das ist Rodeo. Mal gucken, wann ich abgeworfen werde. Ich kann mich noch festhalten. Wir brauchen deine Hilfe, Chris. Kannst du uns hier hinten reinrammen? Und wir können uns von vorne drehen. Drück du, drück du. Nein, noch mal. Komm mit deinem Lamborghini A8. Oh Gott, wir füllen ein Rad. Ja! Scheiß auf dein Rad. Ich kann dir ein Rad geben. Ich tu das bitte. Geh mal vor der Mahlzeit hinnauschen. Danke, das war so viel besser. Dankeschön. Mein Faust ist. Au, au, au. Ich wurde nass gemacht. Ah, ich werde angeschossen. Ah! Au, fa, fa. Oh Gott! Ich werde angeschossen. Du bist ja hingefallen. Du hast ja völlig selbst verfolgt. Ah, wir sind so schlechte Kriminelle. Der eine versucht mit dem Traktor zu entkommen, die andere mit dem Feuerwehrwagen. Wo hinten, wo draußen die ganze Zeit einer draufsteht. Oh, was da immer drückt auf hinten Raderäufen? Ich bin schon ein Schweizer Käse. Ist auch wie ich durchleicht wurde. Ich find's geil, dass ich so Dominik einfach loswerde. Bin ich nicht geil. Ich bin die einzige Person. Oh Gott! Hör auf! Wasser auf dich zu spritzen! Ich spritz eigentlich nach vorne. Hör auf, geh da rein zum Spritzen! Das krieg's nur ververs! Boom! Fick nicht, wir drückt doch! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab mal Spaß hier! Spritzenweizer Käse! Oh Scheiße! 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 Andere macht andere nass! Ich bin Spritzer! Spritzen tust du gerne! Ja, Schatz! Warum bist du mehr da? Ja! Oh, da ist ein Auto! Mhm! Ich möchte nur eine Sache sagen! Oh Gott! Das ist ein Polizist! Das ist ein Polizist! Das war alles! Au! Ja, das hilft nicht gerade in meiner Situation! Fack nur der Shit! Du bist der Baster, du bist der Baster! Du bist der Baster! Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Ihr habt euch gerade freiwillig gemeldet. Das ist unfair! Okay. Bin ich jetzt? Wer ist hier unten? Ich bin hier unten. Warum bist du hier unten? Weil ich gestorben bin. Den hast du wie der andere. Oh Gott. Oh Gott. Au. Au. Selbst wenn ich fucking vorne einsteigen möchte. Ich muss... Bleib doch mal stehen! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein Fuss ist gerade abgeraucht. Für sowas habe ich mich... Was ich ins Gleis aufgegeben. Jetzt bin ich zumindest etwas geschützter. Und ich meine mit etwas, nur wirklich etwas, weil ich ein fucking Auto mit Quadrik fahre. Weil ich ist mir nie geschützt. Wir haben eine Person, die in dieser Hätte wohnt. Und einfach mal so'n... Ja, Mann, reicht's auch. Ja, Mann, reicht's auch. Ja, warte. So. Ja, das ist voll suboptimal. Ich bin jetzt hier an der Autobahn. Ich habe aber kein Auto. Ja, das ist voll suboptimal. Ich bin jetzt hier an der Autobahn. Ich habe aber kein Auto. Ich bin jetzt in allen Umgebungen. Oh, guck mal, hier ist ein Traktor. Der hat mich gleich an so'n Traktorfahrer. Wuuuuiiii. Oh, es hat ein Auto. Ich komme zu uns. Ich glaube, da rein kannst du nicht fahren. Und strafen... Ich hab' ihn nicht fahren, ich bin ja einfach nur weg. Und strafen... Das ist nicht... Wir kriegen mich nicht, ich hab' gesagt. So einen Sinne. Gute! Machen wir mal einen Strandspazier lang. Nein, 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 dieser kommt hier weil... Da kommt dem Strand. ich möchte aber nicht anhalten ich nehme jetzt meine Geheimwaffe wir müssen warten bis der Zug vorbei ist oh Gott wir sind einsam fahr voraus fahr doch so ich fahr mit ja er hat wegen der Whatsapp-Kruppe durchgelesen ich möchte sagen wir eigentlich auf die ganze Seite links gelegen weil du weißt ja wie es ist wenn man aufs Schienen fährt nein ok es ist trausam stand fest aber wir waren mal stand fest bist du auf der anderen Seite? oder bist du da drunter? ne du bist ja drinnen der Reifen hat einen Platten oh Go ich bin in Sicherheit nein jetzt bin ich auch mal gestorben machen wir mal so du bist in sich heute ich kann nicht abholen ja aber pass auf hat mir ein freund gesagt guck mal du bist da hinten ich war zu dir, okay? au 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 hallo hi warte was? oh ne man, ich habe den scheiß es macht alles nass hier und so oh er hat mir einen kopf heute gegeben komm kam her warte mal so wuuu größe spielade hier 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 wir haben es mal geschafft cool ich muss los tschüss hier hier das war eine lange Folge wo du haste da was heißt hier Ich geh da mal in die Spielehalle rein Hallo, hier sind wir wieder alle zusammen Ich kann durch die durchgehen Kann ich durch dich durchgehen? Das ist ein eindeutiges Nein Ich bin halt krass Aber ich kann durch Patrick gehen Hm Das ist halt eine sehr durchlässige Person Ja, wir sind halt sehr innig miteinander Gut, aber beim nächsten Mal machen wir in der nächsten Folge weiter Oder so ähnlich Wenn wir weiter so durch und durch sind Ich bedanke mich für's Wursehen Sag tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen Tschüss Hat eine Person noch nicht tschüss gesagt Tschüss 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 Jetzt